Passt du oder was? The wrong line? Habt ihr aufgepasst, wo das war? Ich hab's nicht gesehen. Schande. Tja, Stefan Dubski. Zu dem kommen wir. Und 9-Jährige. Perigueux. Conteur. Palm Beach. Spannende. So, und der reitet im Übrigen... Ah, siehst du, der wollte uns nur auf die Probe stellen. So, und da haben wir passend aufgepasst, ne? Nicht, dass uns da nochmal einer mit der Wrong Line durchgeruscht wäre. Also, der hat zwar diesen kleinen Bogen gemacht, hat sich deshalb natürlich auch mächtig seine Zeit versaut, aber trotzdem seine Linie nicht gekreuzt und deshalb eben auch gilt das Ganze eben nicht als Verweigerung. 0,778,1 Sekunden, aber trotzdem natürlich hätte er diesen Bogen dann nicht geschlagen, wäre locker auf eine 74er Zeit gekommen, 73er vielleicht sogar. Also hätte er auch gut auf den zweiten Platz kommen können. Ärgerlich, aber naja.